Willkommen zur Let's Play Paradise mit dem bösen Chaos Joker und ähm, ja, das dritte Level, ich weiß. Es hat lange gedauert, aber hey, scheißegal, ich hab's hingekriegt noch irgendwie. Ähm, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Äh, ich hatte ein bisschen viel um die Uhr ein. Na komm, weg da. So. Ist aber nicht so schlimm. Achso, ähm, ja. Einen schönen Gruß an DJ KR87. Ich hab mir diesmal den Nick gemerkt, wie versprochen, ich hab's nachgereicht. Äh, super Let's Play übrigens. Das gilt übrigens auch für die ganzen anderen Let's Player, die das Let's Played haben. Die ist, die schöne Spiel, ich hab da nämlich gesehen, da haben dann schon viele gemacht. Oh fuck. Nicht aufgepasst. Naja. Was wollte ich sagen? Ähm. Ja, äh, ich wollte sagen, genau. Das haben einige Let's Played und ähm. Ja, was soll ich sagen? Sie haben's halt Let's Played und... Äh, ich hab sie mir, ich hab mir die Let's Played Videos von den anderen gar nicht angesehen. Auch von DJ KR87 nicht. Hat alles einen sehr, sehr einfachen Grund, weil, ähm... Ich hab keine Lust mir hinterher sagen lassen, sonst müssen ich, ich hätte da irgendwas nachgemacht oder so. Also, sollten da Übereinstimmungen sein, dann ist das alles, äh, rein zufällig. Dann hab ich damit nix zu tun. So, da wollte ich nur noch mal gesagt haben. Yo, wir befinden uns hier im DSR-Paradies. Und ich mag das DSR-Paradies nicht, weil der Scheiße ist. Oh fuck. Äh, es! Genau deswegen mag ich es nicht. Es ist zu eng und es wird zu viel geschossen, ey, definitiv. Und ich bin natürlich an einer sehr ungünstigen Stelle gestorben, noch dazu, wo wir jetzt wieder mit dem schwachen Rüstungsgrad anfangen. Und das ist, naja. Das ist halt scheiße. So. Komm her, ihr fucker. So. Jo, äh, jo. Hatte eine schöne Woche gehabt und so. Ich hoffe, ihr auch. Fuck! Wäre ich nicht so langsam gewesen, wäre ich halt gestorben. Bullshit. Also gut, auf ein neues. Ach ja. Äh. Ja, wo ich gerade am grüßen bin. Wen könnte ich eigentlich noch so grüßen? Ähm. Ja. Hm. Einen schönen Gruß an Sui Shumaru, genau. Der gute Sui. Der macht auch gute Let's Plays. Also, Leute, wenn ihr mal irgendwie... Ich hab ihn auch abonniert, also wenn ihr bei mir auf dem Channel rumtunnt, äh. Zieht's euch mal ein. Vor allen Dingen, dass das Let's Play zu Hunting Ground ist, ist sehr gut geworden. Finde ich zumindest. Fuck! Wo kam das Projektil her? Das hab ich aber nicht gesehen, ey. Scheiße. Egal. Ähm. Wollte ich nicht jetzt sagen. Ähm. Achso, ja. Sui Shumaru. Die Videos vom Sui. Zieht's euch rein. Die sind gut. Die sind echt gut. Die sind sogar noch besser als meine Let's Plays. Ähm. Wo wir gerade eben noch bei DJ KR 88... Ne. KR 87 waren. Glückwunsch übrigens zu 300 Abonnenten. Wollte ich auch nochmal gesagt haben. Hat der da das kleine Special gedreht. Wenn ich nicht so schlecht in Mario Kart wäre, hätte ich sogar mitgemacht. Aber, naja. Wie das immer so ist. Ja, Tailgun, Leute. Es kann also nur noch aufhärts gehen. Hoffe ich zumindest. Und geht weg, Pisser hier. Gebt mir nicht auf den Sack. So. Yo. Oh, 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 Leute. Macht keinen Mist. Ja, der Endgegner ist auch cool. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt kommt hier die Stelle durch die Süßigkeit ballern. Oh, ich hab das so gehasst, ey. Oh, ohne Scheiß. Fuck it. Jetzt kommt die Jungs hier. Die mag ich auch nicht so wirklich. Jetzt muss ich mir zusehen, dass ich mir einen schönen Platz schaffe. Sonst habe ich gleich echt ein Problem. Oh, fuck it, ey. Leute, geht mir doch alle aus dem Weg. Wenn es geht. Oh ja, ich hab's doch tatsächlich geschafft. Wow. Das ist großartig. Ich bräuchte mal wieder ein paar Power-Ups. Also ich bin hier irgendwie wieder schlecht bestückt, sag ich mal. Wow, fuck it, ey. Ach, kommt schon, Alter. Wow. Zwei Stück, aber nichts, was geholfen hat. So. Yeah. So, zu langsam. Müssen wir es doch hoffentlich mal überstanden haben hier. Ass. Scheiße, jetzt kann ich schon wieder von vorne anfangen. Fuck it. Eigentlich wollte ich ja zwei Videos schenken, aber wenn das so weiter geht, das dauert das noch. Uiuiui. Na komm, nimm's schon. So. Oh ja, hier, das wird interessant. Nimm mir den Weg, du scheiß Glocke. Wow, wow, wow. Haarscharf, Leute, haarscharf. Abfalltailgun. Die würde ich beim Bosskampf brauchen. Gut brauchen können. Yeah. Na, wir kommen noch einigermaßen durch hier. Weil dann müsste jetzt auch gleich mal einer meiner Lieblingsbosse kommen. Ähm, die Hotlips. Und Leute, was liebe ich, die Hotlips. Die Hotlips sind geil, die können richtig was. Ähm. Allein, weil die Mucke geil ist. Ach, schön. Oh, fuck it. Ach, Leute, geht mir doch alle mal nicht auf den Sack hier. Ich bin jetzt so ein bisschen darauf aus, die hinteren Lippen zuerst platz zu machen, weil sich diese Lippen nämlich bewegen. Wow, fuck it. Und dann mit den Gebissen, das wird extrem übel. Deswegen habe ich mir auch die Tailgang genommen, statt der Three-Way-Gun. Und hey, fuck, wir haben es geschafft. Wow. Ich bin froh. Ähm. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Äh. Sorry, dass ich irgendwie wieder, äh, komplett wirr geredet habe, aber ich war ziemlich müde. Und, äh, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.